Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine Analyse und Auflösung eines Skat-Rätsels. Und da habe ich heute eine kleine, aber sehr feine Partie mitgebracht. Rätsel Nummer 99, was der Speer zu berichten wusste von Tim Rust, einem der jungen Wilden, einem der fleißigsten Ideengeber der letzten Zeit. Vielen Dank Tim für deine tollen Einreichungen. Und jetzt schauen wir uns mal an die Nummer 99, Skat und Dö. Nur dank deines Speers findest du die kleinen Schwächen im gegnerischen Bollwerk. Ja, und so sieht das dann aus. Du hast schon mal in vielversprechendere Karten geschaut. Wohl wahr, wohl wahr. Diszipliniert hast du. Ich spiele Kreuz. Und die Lady in Hinterhand annonciert hier ein Kreuzspiel. Ja, und in der Zwei-Spieler-Variante wäre der erste Stich noch verdeckt zu spielen, anders als hier im Rätsel. Aber danach ist es das Gleiche. Dann führen wir beide Hände. Und es liegt ja auf der Hand, dass das Herz Ast, die blanke Karte, auf den langen Weg erstmal eine gute Idee ist. Jetzt klappt die Karte hier auch auf. Und wir können anfangen zu knobeln, können anfangen zu rechnen, wie wir das Spiel schlagen wollen. Wenn ihr diese Zwei-Spieler-Variante en deux noch nicht so gut kennt, schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es weitere interessante Videos dazu. Was sehen wir denn jetzt zunächst? Wir haben insgesamt nur vier Trümpfe. Also der Alleinspieler hat sieben Trümpfe in der Hand. Und was fällt uns noch auf? Er hat kein Stück Karo gedrückt. Er hat in Pik Ass und Acht in der Hand und in Herz Acht Dame König. Also erstmal die kompletten zwölf Karten herzuleiten aufgrund der uns hier offenen 20 Karten. Das ist natürlich die Aufgabe. Und dann rauszuknobeln, was wird er denn wohl gedrückt haben? Naja, entweder Herz Dame König ist die Annahme oder die Pik Lusche und ein weiteres Herz. Und beide Varianten sind natürlich erstmal vorstellbar. Ich glaube, ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass man mit sieben Trümpfen Ass, Lusche und dem Herz König zu dritt zwei Herz Bilder drückt. Ein einfach bestelltes Herzbild ist auch immer eine sehr hässliche Konstellation. Wenn das der Fall ist, wäre sicher die Herz 10 hier die richtige Karte. Wenn der Alleinspieler noch zwei Herzen in der Hand hat, könnten wir hier auch eine Lusche legen. Allerdings, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach vorne rechnen, können wir letztlich diese Variante gar nicht schlagen. Es reicht rein rechnerisch nicht von den Punkten. Denn selbst wenn unser Partner hier mit dem Pik Buben im Spielverlauf später rankommt und die Herz 10 spielen kann, dann fehlt uns hier das Volle zum Schmieren. Und deswegen wird der Stich einfach nicht fett genug. Wir müssen also im Siegssinne jetzt uns schon darauf festlegen, wir können nur gewinnen, wenn zwei Herz gedrückt sind. Und das heißt natürlich erstmal rein mit der Herz 10. So, und dann können wir natürlich mal rechnen, wie weit kommen wir denn jetzt? Wir machen noch einen Trumpfstich mit Pik Buben und Trumpf 10. Da sind wir schon bei 33. Wir machen noch einen Stich mit Kreuz Buben und Karo Ass. Dann sind wir schon bei 46. Und wir machen noch einen Stich mit Pik 10 und Pik König mit der Pik Lusche. Das langt genau auf 60 in der idealen Welt. Theoretisch könnten wir sogar noch ein Trumpfbild da mitbekommen auf 62. Aber wir wollen mal nicht zu hoch fliegen. Wir müssen jetzt erstmal genau gucken, ob wir überhaupt eine Chance haben, auf diese 60 zu kommen. Denn der Teufel liegt jetzt natürlich im Stellungsspiel. Der Gegner wird natürlich nicht freiwillig uns so leicht die Punkte einsammeln lassen. Also gerade diese Pik Lusche, die möchte er günstig loswerden. Deswegen verbietet er sich jetzt hier natürlich mit Pik nachzusetzen. Und auch Karo käme zu früh. Denn logischerweise müssten wir hier mindestens einen vollen anbieten, die Karo 10 drauflegen. Und der fehlt uns dann später zum Anbieten. Und wenn wir also so diese Stiche in der Beikarte aussortiert haben als Möglichkeiten. Ja, was bleibt dann noch über? Scharfes Spiel mit der Trumpf 10 auf unseren Partner mit dem Pik Buben. Damit stehen wir jetzt auf 33 Augen. Und jetzt geht es wieder weiter. Erneut darf nicht Herz Lusche oder Pik kommen. Dann wird die Pik Lusche zu günstig los. Karo Ass brauchen wir noch für Kreuz Buben. Karo 10 ist eine schöne Angriffskarte. Also der Alleinspieler kann sich dann überlegen, ob er die Pik Lusche auf 14 Augen in einem Pik Stich los wird. Oder jetzt abwirft, dann fallen auch 14 Augen. Also letztlich wird er diese Entscheidung sicher erst mal so beantworten, dass er hier sticht. Soll er tun. Und jetzt kommt die Trumpf Lusche. Und hier haben wir natürlich jetzt die Chance, die zwei Augen in Trumpf zu angeln. Also erst noch mal unterzubleiben und auf den Buben zu warten. Hat aber natürlich einen Pferdefuß. Werdet ihr sehen, wenn ihr es mal ausprobiert. Danach kommt Trumpf. Ihr könnt zwar das Karo Ass hier erst mal auf 48 mitnehmen. Aber dann sind wir selber hier wieder am Spiel und haben keine Chance, die Pik 10 heimzubringen. Und deswegen gibt es hier nur eine Möglichkeit rausnehmen. Mit dem Kreuz Buben auf 46. Und es gibt eben noch eine weitere so wichtige Karte in diesem Spiel. Vielleicht haben wir die am Anfang noch gar nicht so richtig zu würdigen gewusst. Aber jetzt spätestens sehen wir es natürlich. Und das ist logischerweise die Trumpf 7. Damit können wir den Alleinspieler zwingend wieder ranbringen. Und jetzt muss er mit seiner Pik Lusche selber antreten. Ja, und da machen wir den Sack zu. Pik König, Pik 10 auf 60. Unser Plan, unser perfider Plan ist also aufgegangen. Den Rest können wir jetzt auch schenken. Alleinspieler hat nur noch das Pik Ass und drei Trümpfe. Ja, und da würde ich doch sagen, haben wir es geschafft. Wo ist unser Spruch? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Da haben wir es doch. Und ja, dafür gibt es dann auch die Gratulation. Zurecht, bitte einmal auf die Schulter klopfen. Denn sieben Trümpfe mit Seiten Ass werden auch nicht jeden Tag geschlagen. Mit verdeckten Karten ist die Siegidee mit der Kreuz 10 im zweiten Stich sicher nicht zwingend. Um nicht zu sagen, wird wohl sehr, sehr selten so gespielt. Da müsste man wirklich schon recht hellseherisch den Pik Buben unserem Partner zutrauen. Und das wird nicht so oft passieren. Im offenen Schlagabtausch in der Zwei-Spieler-Variante und Dö kann das eben durchaus passieren. Da ist gerade das der Spaß, dass du gegen diese konkrete Verteilung versuchst, auf Optimum zu spielen. Und das ist oft genug, trotz alledem herausfordernd. Alleine dann diese verschiedenen Drückungsvariationen mit zu berücksichtigen, mit auszurechnen, kann euch also nur ermuntern. Schaut euch auch diese Variante mal an. Die bringt euch auch für das Spiel mit verdeckten Karten richtig voran. Ja, und was bleibt noch zu sagen? Es ist ja schon wieder Freitag. Es ist schon wieder ein neues Rätsel da. Also ran an die App, ran an den Knobelspaß und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt häufig auf, bleibt gesund und wie immer gut blatt. Ich bin ein neues Rätsel da. Ich bin ein neues Rätsel da.